Du möchtest wissen, wie du einen selbstdüngenden Boden aufbaust, wo du nicht mehr extra Flüssigdünger zukaufen musst, deine Pflanzen dennoch gesund und kräftig heranwachsen, dein Boden stets locker und fluffig bleibt und auch zum Beispiel, wenn es wieder eine längere Trockenzeit bzw. Dürreperiode gibt, dass dein Boden trotzdem feucht bleibt und deine Pflanzen nicht eingehen. Dann bleib besser dran, dann erzähle ich dir von meiner Erfahrung, wie du auch so einen automatisierten Boden aufbauen kannst. Diese Eigenschaften eines Bodens finden wir zum Beispiel im Amazonasgebiet, die schwarze Erde Terra Preta. Nach diesem Vorbild baue ich in meinem Permakulturprojekt auch den Boden auf. Die Indios haben wahrscheinlich über Jahrzehnte, wenn nicht sogar über Jahrhunderte hinweg ihren Boden zu diesen Qualitäten aufgebaut. Hierfür haben sie verschiedene Materialien genutzt. Einerseits organisches Material, wie es bei uns im Garten auch anfällt, sowas wie Laub, Graschnitt, Holzhäcksel wahrscheinlich oder Holzrückschnitte. Dann spielt die Fermentation auch eine sehr wichtige Rolle, beispielsweise wie ich das zum Beispiel mit einem Bokashi mache, wo ich sämtlich meine Obst- und Gemüsereste da mit reinwerfe, auch Knochen, Gekochtes, Fleischreste, alles was gelebt hat, kommt da alles in den Bokashi mit rein und dann kommen halt auch meine effektiven Mikroorganismen rein, damit das halt fermentiert, wie zum Beispiel auch Sauerkraut und das haben sie auch angewandt. Gibt es auch Funde dementsprechend, wo sie auch das mit den Knochen beispielsweise gemacht haben, daher nutze ich das auch dementsprechend. Und sie haben auch ihren eigenen Kot bzw. auch ihren eigenen Urin mit fermentiert, also das heißt, dass sie den Kreislauf mitgeschlossen haben. Gibt es ja auch bei uns diese Kompost-Trennt-Toiletten. Wenn man das auch macht, habe ich auch sehr viele Videos dazu gemacht, werde ich euch oben in der Videobeschreibung zum Beispiel verlinken. Wichtig dabei ist halt, dass man da auch einen speziellen Kompost auch dafür anlegt, sein Urin auch trennt. Die letzten beiden Sachen, die noch fehlen, ist es einerseits Tonmaterial. Ich zum Beispiel bei mir in der Permakultur nutze Urgesteinsmehl, schaut auch auf eine entsprechende Qualität, habt auch einen guten Anbieter. Und auch die Pflanzenkohle, ein sehr wichtiger Bestandteil, deswegen ist auch die Erde zum Beispiel bei den Indios schwarz gewesen. Das Besondere an der Pflanzenkohle ist, dass sie aufgrund ihrer Oberfläche sehr viele Mikroorganismen und Nährstoffe mit aufsaugt und die dann auch langsam wieder an den Boden bzw. an unsere Pflanzen auch wieder abgibt. Und weil das auch ein kohlenstoffartiges Material ist, fördert es auch zusätzlich nochmal den Pilzwachstum. Mehr brauchen wir auch nicht und sobald wir eine Gewohnheit bzw. Routine eingebaut haben, ist es auch alles spielerisch einfach. Und ich schaue halt einfach, dass ich diese Materialien bei mir in den Boden mit reinbekomme in Form von Dauerhumus, der halt diese Komponenten mit beinhaltet. Das heißt, ich schaue, dass ich so 5 bis 10 Zentimeter meine Beete bedecken lasse mit organischen Materialien. Um so den Humus zu fördern, welches ja ein lebendiger Komplex ist. Das heißt, ich fütter den Boden, ich fütter die Regenwürmer, die Mikroorganismen, siedle auch Pilze an, weil die ja auch sehr wichtig sind, das Pilzenitzwerk. Pilze gehen in eine sehr wertvolle Symbiose mit den Pflanzen ein und erweitern so ihre Wurzeln. Dafür können sie halt tiefere Erdschichten erschließen, können so die Nährstoffe aufbrechen, bessere Wasserversorgung. Einerseits auch wieder ein Pluspunkt für Dürrezeiten, weil die Wurzeln tiefer nach unten gehen. Und im Austausch dafür bekommt der Pilz von der Pflanze einen Teil von der Photosynthese bzw. von dem Zucker. Interessant ist halt, dass das Pilznetzwerk, also dieses Mycel, der eigentliche Pilz, sich über den ganzen Garten erstrecken kann und so die ganzen Pflanzen und Bäume miteinander verbindet, dass sie so miteinander kommunizieren können. Kann man sich so vorstellen wie das Internet, wo wir miteinander auch kommunizieren können, zum Beispiel ich jetzt hier mit YouTube über euch hier in Form von diesem Video mit euch rede und ihr dann wieder im Gegenzug zum Beispiel mit den Kommentaren. Nicht nur die Kommunikation zwischen den Pflanzen und Bäumen wird gewährleistet, sondern auch die Versorgung zum Beispiel an Mikroorganismen und auch Nährstoffe. Man kann sich das so vorstellen, dass es nicht nur als Internet- und Kommunikationskanal funktioniert, das Mycelfeld, sondern auch als Autobahn. Das Ganze kann man sich wie ein großes Logistiksystem vorstellen, wo halt die einzelnen Parteien, wie zum Beispiel die Bäume, mit den Pilzen und auch mit den anderen Bäumen kommunizieren und so versuchen halt ihre Bedürfnisse auch mitzudecken. Das Interessante dabei ist halt, dass halt diese Autobahnen, diese Zähfelder, wo die Mikroorganismen zum Beispiel und die Bakterien durchschwimmen, dass die auch zum Teil so eng sind, dass halt auch hier Erbgut ausgetauscht wird. Von daher ist es umso wichtiger, Pilze bei sich im Garten anzusiedeln. Ich mache es zum Beispiel, dass ich sehr gerne mit Holzhäcksel, Mulche oder auch meine Wege damit belege, damit es nicht ganz so matschig wird. Oder ich mache auch Langzeitkompost, wo ich die für zwei, drei Jahre einfach liegen lasse, wo halt die unterste Schicht Holzmaterial ist. Dickere Äste, kleinere geschnitten und so weiter. Das Interessante dabei ist, selbst wenn ihr bei euch einfach in die Ecke euren Langzeitkompost aufmachen, wo es etwas weiter weg von euren Beeten ist, kommen die Pilze trotzdem zu euren Beeten. Die verbreiten sich einfach unterirdisch mit ihren Mycelen im ganzen Garten und die wachsen auch richtig schnell. Ich habe schon eigene separate Videos zu Pilzen gemacht, auch warum ich Holzhäcksel zum Beispiel bei mir im Garten nutze, werde ich euch auch oben in der Videobeschreibung verlinken. Und ich kann euch nur das Buch von Paul Sametz wärmstens empfehlen, Mycelium Running, How Fungus Can Help Us to Protect the World. Wirklich ein wunderbares Buch, wo wirklich alles Mögliche im Detail aufgeschrieben wird, was Pilze eigentlich für unsere Natur alles machen können. Am Anfang habe ich ja erzählt, dass ich sehr viel mit Bokashi arbeite, eigentlich fast nur. Ich habe da mehr als 20, 30 Eimer, habe auch ein Video dazu gemacht, wie man die kostenlos bekommt. Muss man nicht unbedingt 70 Euro zahlen, kann ich auch nur jedem wärmstens empfehlen. Und wie gesagt, da kommt bei mir wirklich alles rein. Orangenschalen, tropische Sachen, alles klein gemacht. Knochen, Fleisch von meinen Eltern, Pflanzen, Zellulose, wirklich alles mit rein. Und das tue ich dann mit effektiven Mikroorganismen, die ich auch selbst vermehre, damit rein sprühen, damit es halt milchsauer vergoren wird. Effektive Mikroorganismen, da habe ich auch Videos dazu gemacht. Wie gesagt, werde ich auch alles unten in der Videobeschreibung verlinken. Und eine wichtige Komponente dafür ist halt die Pflanzenkohle, die ich auch manchmal oben damit drauf mache, wenn ich welche zur Verfügung habe. Einfach, dass sie sich schon mit den Mikroorganismen vollsackt und auch mit den entsprechenden Nährstoffen, damit diese mir nicht aus dem Boden entfernt wird. Das heißt, es ist sehr wichtig, die Pflanzenkohle am Anfang zu aktivieren und nicht einfach eine unaktivierte oder inaktive Kohle bei euch in den Garten mit rein zu graben, weil sie dann zunächst eure Pflanzen schaden wird, weil sie sich erstmal mit den Mikroorganismen und Nährstoffen vollsaugen wird. Es gibt auch viele verschiedene Methoden, wie man seine eigene Pflanzenkohle herstellt. Die üblichste ist zum Beispiel der Erdkontiki, dann gibt es auch Pyrolyseofen. Ich habe so eine Flammenschale, die wie eine umgedrehte Pyramide zum Beispiel ausschaut. Auch unten werde ich euch ein paar Videos wieder verlinken, auch von mir und auch von anderen, die ihre eigene Pflanzenkohle herstellen. Ich empfehle 30 bis 40 Liter pro Quadratmeter Pflanzenkohle in die Erde mit einzuarbeiten, wäre jetzt zum Beispiel bei meinem Folientunnel mit ungefähr 90 Quadratmetern ein Durchschnitt von 3000 Liter Pflanzenkohle, den ich jetzt zum Beispiel jährlich einarbeiten würde. Ihr merkt schon, das sind ziemlich große Mengen und auch das Beschaffen vom organischen Material ist auch ziemlich aufwendig. Ich bekomme zum Beispiel von meinen Nachbarn von der Grüngutstelle oder auch über Kleinanzeigen mache ich immer wieder solche Sachen, dass ich Grüngutssachen mit aufnehme, damit ich das organische Material auch bekomme. Falls ihr das nicht habt, zum Beispiel die Pflanzenkohle in dieser empfohlenen Menge, ist ja natürlich kein Beinbruch. Es geht halt einfach nur schneller, wenn ihr diese Mengen auch habt, da baut sich der Boden einfach viel schneller auf. Wichtig bei der ganzen Sache ist halt einfach, dass ihr den langen Atem und die Geduld halt einfach habt und stetig einfach versucht, das Beste wie möglich zu machen. Der Boden, das dauert halt eine gewisse Zeit, ersten fünf Jahre würde ich sagen, damit ihr einen soliden guten Boden habt und es steigert sich halt immer weiter. Zehn Jahre, 15 Jahre hat immer schon, dass der Boden sich weiter aufbaut. Von daher nicht mit der Denkweise, wie die meisten hier bei uns in der Gesellschaft wissen, von einem Jahr auf den nächsten habe ich dann diesen wunderbaren und schönen Boden, das ist realitätsfern. Ein wichtiger Aspekt ist die Gründüngung bzw. die Bewachsung von eurem Beeten auch im Winter. Viele Leute tun ja ihre Beete aufräumen, damit da wirklich alles kahl und offen ist. Schaut einerseits den Boden, dann kommt da Kälteeinwirkung mit rein. Zumindest schaut, dass der Boden gemulcht ist, damit eure Mikroorganismen und das Bodenleben da auch überlebt. Denn Leben bringt schließlich Leben von Herwin Pommeresche, kann ich das auch nur jedem empfehlen, dieses Buch. Jedenfalls schaut, dass euer Boden bewachsen ist. Also ich habe zum Beispiel Facelia, Feldsalat, Spinat, Beikraut, könnt ihr auch einfach alles wachsen lassen, und wirkt ja sowieso nicht so schnell ran, kann man dann im Frühjahr, wenn man die Beete dann aufbereitet, kann man ja einfach alles raus machen. Einfach der wichtige Punkt dabei ist halt, dass diese Pflanzen auch im Winter eine gewisse Photosynthese machen und so noch immer noch in Symbiose mit den Pilzen bleiben und die Pilze auch im Winter mit etwas versorgen können. Jetzt sind wir am Ende des Videos angekommen und damit ich weiterhin für euch solche Videos machen kann, euch mit Informationen füttern kann und euch das Leben etwas einfacher und besser im Garten machen kann, würde mich sehr freuen, wenn ihr den Video Daumen nach oben gebt, den Kanal kostenlos abonniert, dabei noch auf die Glocke drückt, das Video auch teilt und auch für die Watching Time das Video komplett anschaut und einfach für den Algorithmus zum Beispiel, wenn die Videos weiter verbreitet werden. Gerne auch auf meiner Webseite vorbeischauen, wo ich Saatgut anbiete, wo ich Produkte anbiete, meine eigenen Coachings, Kurse, damit ihr zum Beispiel nicht die ganze Zeit und Erfahrungen mit aufbringen möchtet, sondern hier einen kleinen Sprung macht, hier euch Zeit spart und einfach schneller euren Garten naturnah- und permakulturmäßig aufbauen könnt. In diesem Sinne vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode des Himpys-Projekts. Bis dahin, ciao! Bis dahin, ciao!